Ohhhh Es ist, es ist wieder das Eingetreten, was immer Eintritt hat Wir können beide nicht Stufe 4 sein Ja dann! Es geht nicht, wir können beide nicht Stufe 4 sein Nee, geht ja auch nicht Es geht nicht Es ist ein ungeschriebenes Gesetz Nee, es ist aber auch Ich hab das Gefühl, wirklich nach einem Report wirst du sofort von 4 wieder auf 3 gestuft Wirst du wieder reportet? Wahrscheinlich Ich hatte eine scheiß Runde, die haben alle im Chat geflamed Ich hab den doofen Spruch gedrückt Und dann weich ich Stufe 3 Hiiii Ich hab den doofen Spruch gedrückt Ich hab den doofen Spruch gedrückt Ja, keine Ahnung, wie das passieren könnte Jo, ein herzlicher Verschlussmarmor und herzlich willkommen zurück zu Overwatch Dieses Mal Quick Play Immer noch ohne Roqueue Ich denke mal, wenn die Folge kommt, gibt es Roqueue Nefiast ist aber dabei Bin ich Weil wir haben letztes Mal schon gesagt ohne Roqueue Und gehofft, dass dann Roqueue war, wenn wir nächstes Mal aufhören Und jetzt ist nächstes Mal und ist immer noch kein Roqueue Oh fuck Ihr verstehts? Versteht ihr? Versteht er? Versteht ihr, Leute? Oh nein! Ich hab das Ding gehackt Für dich Was? Ach, das ist Medikit Danke Und dir war das scheinbar voll egal Ich stand in der Falle Ich hätte da nicht mal hingekonnt Everything can be hacked And everyone Ich hätte da nur hingekonnt Ich hätte da nur hingekonnt wie Oh lol Oh lol Ich hab das genau gesehen Ähm Kennst du Du kennst doch bestimmt den Film Wie hieß der Film nochmal? Mit Jack Black und seinem Kollegen Jack Sparrow Tenacious D, die Band Der Film Wie heißt der nochmal? Ah In 80 Tagen um die Welt Nein, wie hieß der Film? Die Schlümpfe Rock'n'Roll School of Rock'n'Roll Oder so? Ja, den gab's Rock'n'Roll High School Oder? Ich hab's keine Ahnung Der war mit Auf jeden Fall Muss Jack Black ja in der In dem Film an den Schalter dran Und benutzt dann seinen Penis Um da dran zu kommen Das hätte ich vielleicht noch versuchen können Du wolltest jetzt deinen Penis benutzen Um da dran zu kommen Ans Medi-Kit Richtig Wie viele von uns Müssen eigentlich sterben Bevor wir checken Dass das hier nicht funktioniert Was da ein Junkrate ist? Ich weiß auch nicht Ich bin da zweimal gestorben Oh, beide Tanks hier Keine Chance Keine Chance Oh Mann, ich will jetzt nicht Tank gehen Geh auch nicht tanken Ist okay Tank ist auch mit Abstand Der schlechteste Rank den ich hab Hab ich gesehen Oh Hat er schon gecheckt Hab ich gerade gecheckt Als ob DPS lief tatsächlich äh wirklich gut als Wo kommt die denn her? Als Bastion One Trick Ja Man muss einfach Man muss einfach Knallhaken Wie auch vor dass du geflamed? Dreimal Gott Schön, dass du direkt ne Antwort drauf hattest So instant schon damit gerechnet Drei Mal Und zweimal wohl Haben die sich entschuldigt Danach Drei Mal Oh Und ich hab gehört We got the best Bastion EU Oh ne Doch Ja Ja I think Bastion Is a bad idea Ja I think your mother is a bad Okay Und so wurde er Stufe 4 Ja ich wurde in dem einen Also die eine Runde war ziemlich nice Obwohl die gesagt haben ich soll nicht bashing gehen Das ist so ein Klassiker weißt du Wenn du bashing bist Dann kriegst du erstmal gesagt Nicht bashing Klar Versteh ich nicht Die haben gar keine Ahnung Gut Es war Hanamura wir waren im Angriff Da versteh ich schon dass bashing nicht die beste Idee ist Aber man muss einfach mal standhaft sein Macht irgendeiner aus dem Team was? Ich hab tatsächlich nichts gemacht Ich hab 5 Gold Kills Ich nicht Und Zielfortschutzzeit mit Sagan Schreibe 0 Sekunden Ich auch Gold Dafür hab ich 500 Healing gemacht Das muss er erstmal schaffen Aber Kriegen wir den Punkt noch erreicht? Ja ich könnte noch hinkommen Ich nicht Na dann los Ab gehts Ach fuck Abagando Lasiuses Die Ana macht mehr Damage Als die Halter oben Alter Gold objective kills Aber wir sind auch hier mit Stufe 1 Leuten Und Level 16 Da kannst du das Weil ne Maus schwimmt Okay gut Hoffentlich werden wir nicht reported War das schön Zenyatta hat's wenigstens noch versucht Der wird endorsed Ich hab von den Baptisten nicht einen E gesehen Ich hab von den Baptisten gar nichts War das unser Baptist Ne Gar nichts gesehen Von Baptisten Das wäre gut gewesen Ich hab von den Baptisten nichts gesehen Play of the game Get in here Light them up Ja, aber er hat für mich sein E und seine Ulti benutzt, das war schon ziemlich, was soll ich da machen irgendwann? Deswegen habe ich so gelacht, weil er alles benutzt hat, was er hatte. Ja, er hat halt mega Schiss vor mir. Ja, mega heftig. Mega heftig. Ich habe einen Objective Kill. Silber. Objective Time, fünf Sekunden. Oh, ich habe eine Sekunde. Hm. Da hast du keine mit annehmen. Da haben wir noch einen Winston-Skin. Beschissene Runde, der Winston-Skin ist super hässlich. Winston kriegen die keine hübschen Skins hin, ey. Wie kann das sein? Doch, der Dämonen-Skin ist cool. Der Yeti-Skin ist cool. Der Gargoy meinst du? Ja, der Yeti-Skin ist auch cool. Ja, die Skins, die ihn halt nicht mehr zum Affen werden lassen. Oh, er hat ein anderes Tier ist. Wer macht denn den Affen mit Schnurrbart? Das ist ja mal mit Abstand eine der bescheuertsten Ideen. Ihr gebetet, die gehen alle DPS. Die gehen alle DPS. Klar. Oh. 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 Werden wir einen Tank kriegen? Was wettest du? Sollen wir was wetten? Ein Sub. Ein September. 12,50. Okay, ich sage, wir kriegen keinen. Dann musst du sagen, wir kriegen einen. Und ich cheate und benutze meinen Prime-Sub. Ja. Du, von mir aus. Kriegen wir einen Tank? Kriegen wir jetzt einen Tank? Wir kriegen keinen. Okay, dann sage ich, wir kriegen einen. Jawoll! Sigma, ja gut, hätte ich auch gesagt. Sigma hätte ich ja nicht riechen können, dass irgendeiner immer Sigma nimmt. Jawoll, Bitches. Auf das hast du auch spekuliert. Wegen Sigma. Du hast nur auf Sigma spekuliert. Ich habe erst gesagt, wir kriegen keinen. Und hast du gesagt, wir kriegen keinen. Dann musste ich ja das andere nehmen. Da freue ich mich. Da freue ich mich. Der Letzte wird leaven. So viel kann ich schon passen. Ah, doch nicht. Ah, was ist das denn? Das ist ja ein Team. Das ist ja ein Team. Was ist denn hier los? Ist das noch Quick-Play? Ist das ranked schon? Habe ich mir ja gemeldet als DPS? Soll ich bashen? Ui, 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 ui. Ich habe ja richtig Bock rauszugehen hier. Duubes wollte uns baiten. Kogadook is gonna hate. And the hate is gonna bait. And the hate is gonna bait. Bait it off. Bait it off. Ui, ui, ui. Was ist das? Schiebt ihr? Ihr schiebt, ne? Die schieben, ja. Duubes kommt von rechts. Oh! Hallo! Habe ich Stück gesagt? Ja. Da hat er mich aber schon in die Wand gedrückt gehabt. Oh, Reaper geht ab. Das ist Überheilung. Und wir haben zwei Healer. So. Den Rest darfst du entscheiden. Und die ne Willow? Ja, die ne Willow. Ja, ja. Schon die ganze Zeit. Ach, da hinten. Hab sie gesehen. Oh mein Gott! Was denn? Ich hab überlebt, obwohl ich in der Jugred Falle stand. Jugred ist low hier drin. Könnt ihr das Schild mal weg machen? Nö. Er hat nur Minimals. Ich hab Sigma gehackt. Ah! 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 Ah, okay. Ding! 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 Ich kann dir nicht helfen. Wo bist du denn? Ach, der Reinhard? Ja, Reinhard hat mich... Oh! Skalpiert, glaub ich. Hast du gesehen? Ja. Nee, warte mal. Hab ich nicht gesehen. Wo hast du denn ich Lust für? Ich hab mich... Oh fuck, der will mich. Der will mich. Dumfis kriegt mich nicht. Er kriegt mich ein. Bin Sneaky und hab die Payload. Sehr gut. Weitermachen. Die Willow tot? Die Willow ist gestorben. Gut. Sigma hat seine Ulti. Jugred ist raus. Damit hat der Reinhard nicht gerechnet. Huh! Ich geh jetzt hinter die. Oh, die Willow ist heiß. Die will mich. Ist hier ein Gadget drin? Ich bin nicht jeden. Ich bin nicht jeden. Oh shit. Hab ich gesehen? Ich bin auch sichtbar gegangen. Das hätte ich nach vorne laufen müssen. Oh, was? Was? Dass Anas einen Sleep in so schnellen... Boah, ich bin detected. Was soll das? Ich finde ja, der Sleep Dart von Ana hat eine viel zu große Hitbox. Wieso beschwert sich über die Hitboxen nicht einer? Über die Hanso-Hitboxen beschwert sich jeder. Aber Anas Sleep Dart trifft über fünf Ecken. Ana ist heiler. Ist okay, dass sie zu stark ist. Aber ist doch so, oder? Die Hitbox von dem Sleep Dart ist riesig. Ja, in letzter Zeit ist das krass. Aber ich weiß nicht, ob sie letztes Mal gebucht wurde. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Wurde ich irgendwie acht Helden gebucht oder so? 18. Wird das hier nochmal was, oder? Sigmar ist da drin. Also du bist gehackt? Der kann gar nix dann, ne? Ja. Sigmar denkt, ich wäre noch da, aber... ...weiß nicht, wo ich bin. Siehst du ihn, wie er da schießt? Wenn du von hinten kommst, machst du ihn. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh. Hä? In der Luft. Und nicht dabei. Ja. Die würde das Match verlassen. Und trotzdem... Oh, dafür haben die einen richtig krassen jetzt. Ikra ist... Keine Ahnung. Diamant? No. Guck mal. Das war's. Oh. Oh, Loll. Aua. 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 Junkwit ist da oben drin. Ich mein von mir aus. Alles tot? Ja, aber ich bin in der Junkertfalle. Ne, keiner. Ach ne, die schießen wir nach vorne. Doch. Ach ne. Doch, da, die. Mei. Mei ist gehackt. Nein, meine Maus! Jetzt ist die Maus aus der Hand gerutscht. Fire in the hole. Warum funktioniert das immer? Klassiker. Piss dich! Nein, ich werd sterben. Mei ist hier hinten links hinter euch. Ja, ja, ich seh sie. Bist du schon tot? Ja, ich bin schon tot. Sie kam hinter mir her gesneakt und hat mich überrascht im Gang. Ehm. Einer hat es gehackt. Ei, 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 ei. Kommt die Maie nochmal? Wollte Lucio nicht hier mal heilen oder so? Alles geschrieben? Bock drauf der Lucio, ne? Ich fühle mich viel besser. Okay, Freunde. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit für die Liebe, Baby. Gib mir das. Ich bin bereit für die Liebe! Ich bin bereit für die Liebe! Wir haben auch ne Sombra. Ich hab alle gehackt. Ähm. Ey komm, das war ja aber nicht Sombra. Haha, sie ist an meinem Gift verreckt. Los, da haben wir Sigma geübt. LOL! Classic Reinhard hier. Was war das denn? Er ist hochgekommen, die Treppe, und hat alle gestunnt. Er ist runtergesprungen, ist das ein Trottel? Hinter dir, Sombra. Ach ne, warte mal, das war Sigma. Dacht schon, tja. Es sah so aus, als hätte sie sich da teleportiert. Wow! Classic Mei. Komm rein, Harald hat nix mehr. Ach, ficken! Hinter uns. Ja. Er, Sombra sind unter uns. Sie ist down jetzt, äh, sie ist weg. Die wird immer noch hinter uns kommen. Junkrat ist oben rechts. Ist richtig teleportiert. Oh, der Junkrat. Die Mei und die Sombra gehen mir hinten auf den Sack. Ja, warte mal, was ist denn gut gegen Mei und Sombra? McCree. McCree? Wir wissen beide, wer der beste McCree ist in dem Spiel. Mei kommt rechts. Kaum bin ich McCree schon so durch. Und da schön, ne? Das Schild kannst du auch gut weg machen für einer. Ja, hinter uns ist Sombra. Oh, ich treff sie nicht. Junkrat war auch wieder blind. Und da bin ich. Ich bin wieder in den Sack. Und da bin ich. Ich bin wieder in den Sack. Und da bin ich. Alter, was? Junkrat sitzt da. Ach. Okay, ich wechsel auch. Oh, Healing. Oh. 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 Ich mach mal den Aufdecker, Hanzo. Oh, nice. In the saddle again. Classic. Haben wir auch keine Tanks, ne? Was sind Tanks? Au! Keine Chance, geht zurück. Ich wurde gestunnt, aber man kann ihn ja mal. Okay. Wir könnten. Wir könnten. Ne, das ist gut. Stimme ist A-Sigma. Tot. War ja mega unnötig von der Sommer. Mega krass. Ihr werdet doch eh gestorben. Kill secure. Das wird nix. Leider. Bin noch am Start. Am Stizzle? Bist noch am Stizzle? Bin noch am Start. Wie lange bist noch am Stizzle? Alles noch am Start. Ich bin geboostet. Hab ich gestunnt. Er schubst mich. Ja, das konnte ich nicht aufhalten. Er ist low. Nice. Das ist down. Junkwit auf uns Payload. Links, links. Okay, ist tot. Hinter euch ist Sombra. Hinter uns ist Sombra. Oh, sie ist mega low. Oh, wir schieben, wir schieben, wir schieben. Jetzt hat ein anderer noch gepiekt. So als ob er mehr reißt. Ja, er reißt mega viel jetzt. Jeder Schusseintreffer. Oh, was? Keiner in der Payload. Und dann war die... Alle am Sombra gehakt. Alle am Sombra gehakt, ey. Alle am Sombra gehakt, ey. Ich dachte schon. Dick, ich... Zwei Sekunden, Sigma. Aber ich hab nichts gemacht! Ich war zwei Sekunden, Siegmeyer. Als ich die Belle geschoben habe. Das ist schon. Oh mein Gott. Ja. Alle... Das ist Massaker. Alle verreckt. Ja, war ne Kack-Runde, ne? Gut, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss, mal bei der Scheiße.